Sie planten diesen Baum im Jahr 2017. Jetzt ist der Baum schon groß. Hallo, mein Name ist Steffi Rönitsch und ich bin Projektreferentin für Archenova für das Projekt auf den Philippinen. Normalerweise bin ich in Dresden ansässig und überwache von da das Projekt. Und heute habe ich aber die Möglichkeit hier vor Ort zu sein und den Projektfortschritt nachzuverfolgen. Wir haben drei Hauptkomponenten. Das eine ist Ausbau und Bau von Evakuierungszentren. Wir haben insgesamt drei neue Evakuierungszentren geschaffen und zwei weitere ausgebaut. Die zweite Komponente aufbauend darauf ist der Kapazitätsaufbau von den lokalen Gemeinden, sodass diese im Evakuierungsfall vorbereitet sind und die Leute sicher evakuiert werden können. Die dritte Komponente ist die Rehabilitierung von Mangroben und Strandwald, damit im Fall der Fälle von Taifunen, Stürmen und anderen Naturereignissen die Küste besser geschützt wird. Danke! 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 Salamat! Ciao! Ciao!